Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, wir haben es vorher angekündigt, wir haben den ersten DSRG Hackathon hier veranstaltet in den letzten zwei Tagen. Zusammenarbeit, Collaboration zwischen Wissenschaft, zwischen Wirtschaft ist ja ein wichtiges Thema. Bevor es gleich zum Lunch geht, brauchen wir nochmal zehn Minuten Ihrer Aufmerksamkeit, denn die drei Finalisten-Teams sind heute hier. Was haben wir gemacht? Wir hatten verschiedene Aufgabenstellungen rund um innovative Geschäftsanwendungen, rund um Sicherheitslösungen, also alles Themen, die für uns alle auch wichtig sind. Und wir haben junge, kluge Köpfe zusammengebracht, die sich hier beworben haben von verschiedenen Universitäten und Hochschulen und die sich diesen Aufgabenstellungen in den letzten zwei Tagen hier gewidmet haben. Es wurde hart gearbeitet, was ich gehört und gesehen habe. Es waren sehr interessante Themenstellungen mit dabei und gestern wurden dann die drei Finalisten-Teams vorausgewählt für Sie. Vor 40 führenden CIOs wurde hier präsentiert, also es war eine sehr aufregende Session, kann ich sagen. Und die drei Finalisten-Teams sind jetzt auch heute hier bei uns und freuen sich, dass Sie jetzt in einem kurzen Elevator-Pitch Ihnen jeweils Ihre Idee skizzieren dürfen. Und wenn Sie danach alle drei Teams gesehen haben, würden wir Ihren Applaus nochmal erbitten und wir werden das Ganze hier auch messen und werden dann sehen, wer den ersten, zweiten und dritten Preis bekommt. Und ich darf jetzt ganz herzlich die drei Teams auf die Bühne bitten. Ich weiß, Sie sind schon mächtig aufgeregt und freuen sich jetzt vor, Ihnen präsentieren zu dürfen. Die Finalisten des DSRG Hackathons, unsere drei Teams. Herzlich willkommen hier auf der Bühne. Bitteschön, einen großen Applaus. Herzlich willkommen. Ja, es waren viele verschiedene Themenstellungen, die wir hier uns angeschaut haben und die Teams haben sich jeweils eine Fragestellung ausgesucht. Es wurde, wie gesagt, hart gearbeitet. Man sieht es an ein paar Impressionen, wie das hier so abgelaufen ist, auch in den letzten zwei Tagen. Und ich möchte ganz kurz die Aufgabenstellung jeweils vorlesen, damit Sie wissen, um was ist es gegangen und die Teams dazu. Und wir beginnen mit dem ersten Team. Euer Name ist Locked und ihr habt euch, wie der Name schon sagt, mit dem Thema Have we been hacked befasst. Um was ging es da? Es sollte eine App entwickelt werden, die öffentliche Datenquellen nutzt, um eben auch die Frage zu beantworten, ob die eigenen Systeme kompromittiert worden sind. Und die Daten sollten dann eben auch geeignet konsolidiert werden und eben auch auf einer einfachen Oberfläche zugänglich gemacht werden. Locked ist euer Teamname und wir freuen uns jetzt sehr auf eure Idee. Ganz herzlichen Dank, sehr verehrte Damen und Herren. Ich darf Ihnen unser Team einmal kurz vorstellen. Mein Name ist Max Spannagel, zu meiner Linken Matthias Westhoff, zu meiner Rechten David Siriger. Wir studieren alle drei an der dualen Hochschule hier in Mannheim zusammen mit der SAP Wirtschaftsinformatik, zweimal Data Science, einmal Sales & Consulting und freuen uns heute hier zu sein. Was ist das Wertvollste, das es in Ihrem Unternehmen zu holen gibt? Interne Produktinformationen, Kundendaten, Geschäftsgeheimnisse? Ich denke, Ihnen und uns ist klar, dass diese Informationen wirklich niemanden außer Sie, außer Ihre Firma etwas angehen. Nicht wahr? Und trotzdem wurden allein letztes Jahr nur in Deutschland durch Cyberkriminalität Schäden in Höhe von über 200 Milliarden Euro verursacht. Größte Schwachstelle waren nicht etwa mangelhafte Software oder komplexe Hackerattacken. Nein, mit über einem Viertel waren es Angriffe im Zusammenhang mit Passwörtern. Dieses Problem haben wir erkannt und eine Lösung. Locked ist ein interaktives Tool, das es Ihnen ermöglicht, Ihre SAP-Systeme zu schützen und Schwachstellen zu identifizieren, bevor es zu einem Angriff kommt. Wir setzen dabei nicht nur auf eine intuitive Oberfläche und eine einfache Handhabung, nein. Es sind vor allem die zahlreichen Datenquellen, die wir nutzen werden, um Sie vor der nächsten Attacke zu wappnen. Denn eins steht leider fest, sie wird kommen. Wie das funktioniert und das aussehen kann, das zeigen Ihnen jetzt Matthias und David. Ja, vielen Dank. Das ist das Dashboard der Example GmbH, ein fiktiver IT-Dienstleister, der wie auch Sie sichere oder wichtige Daten im SAP-System speichert. Und nun möchte die Example GmbH mit Hilfe von Locked überprüfen, wie sicher Ihre Systeme sind. Auf den ersten Blick fällt der Score auf. Der Score ist eine einfache und übersichtliche Kennzahl, um das Sicherheitsniveau Ihrer SAP-Systeme zu sehen. Wie Sie sehen können, fällt in unserem Fall der Score gelb aus. Das bedeutet, dass Sicherheitslücken in Ihrem SAP-System bestehen. Der Score wird aus vier Kategorien berechnet, die wir uns im Folgenden anschauen wollen. Die erste Kategorie betrifft direkt Ihre SAP-Systeme. Anhand bekannter URL-Bestandteile sucht Locked automatisiert im Internet nach öffentlichen SAP-Log-Ons Ihres Unternehmens und prüft, ob eine Anmeldung mit typischen Anmeldedaten erfolgreich ist. Das wäre nämlich eine kritische Sicherheitslücke. In der zweiten Kategorie geht es um kompromittierte Anmeldedaten. Locked schaut mittels Datenbanken wie Hunter.io, Have I Been Hacked und weitere, ob die E-Mail-Adressen Ihrer Mitarbeiter früher in Datenleaks öffentlich wurden. Denn die Wahrscheinlichkeit ist nicht gering, dass dieselbe E-Mail-Adresse und dasselbe Passwort auch für den Login in Ihr SAP-System genutzt wird. Im Falle der Example GmbH können wir mit nur wenigen Klicks die betroffenen Benutzer umgehend informieren und zum Ändern des Passworts auffordern, damit Ihr SAP-System sicher bleibt. In den nächsten beiden Kategorien durchsucht unsere künstliche Intelligenz öffentliche Daten wie Blogs, Nachrichten und das Darknet mit Ihrem Firmennamen und den Firmen derselben Branche zusammen in Kombination mit Sicherheitsrisiken. Im Bereich Your Company wird Ihr branchenspezifisches und geopolitisches Risiko für einen Angriff eingeschätzt. Auch so können Sie frühzeitig auf mögliche Probleme aufmerksam werden. Und nun das Beste zum Schluss. Sie denken vielleicht, ja, interessantes Tool, aber noch ein Anbieter, dem ich all meine Daten geben möchte? Nein, keine Sorge. Für Locked brauchen wir keinen Vollzugriff auf Ihre SAP-Systeme. Wir brauchen keine Listen an Benutzernamen und Passwörtern, keines Ihrer Geheimnisse. Das Einzige, was Locked zum Arbeiten braucht, ist Ihre Domain, example.de zum Beispiel. Alles Weitere, die vollautomatische Suche im Netz, das Aufspüren von Sicherheitslücken, das übernehmen wir. Vollautomatisiert, so wie aus der Perspektive eines richtigen Hackers, ohne weitere Informationen. All diese Tools, die intelligente Datenaufbereitung und vor allem die konkreten Handlungsempfehlungen helfen Ihnen, Ihrer Firma, aber vor allem auch Ihren Kunden, in Zukunft sicherer, wettbewerbsfähiger und vor allem resilienter zu werden. Setzen wir also gemeinsam einen Schritt gegen Cyberkriminalität, damit Ihre Geheimnisse auch in Zukunft Ihnen und ausschließlich Ihnen gehören. Locked. Vielen Dank. Vielen Dank an das erste Team. Damit kommen wir zur zweiten Idee und zum Team Data Whispers. Und wir machen ein kurzes Handover. Data Whispers hat sich nämlich einer anderen Fragestellung gewidmet. Hier ging es um ChatGPT, ein Thema, das wir auch schon mehrmals heute Vormittag logischerweise gehört haben. Und ich lese auch hier kurz die Aufgabe vor, die ihr euch vorgenommen habt. Die Aufgabenstellung hat wie folgt gelautet. Man sollte ChatGPT nutzen, um auf Informationen aus der SAP Data Warehouse Cloud zuzugreifen und über eine Chatinteraktion zu gucken, wie man da auch eben businessrelevante Fragestellungen beantworten lassen kann. ChatGPT, ein sehr interessantes Thema. Wir freuen uns sehr. Data Whispers ist euer Teamname und damit zur Idee von Team 2. Bitte schön. Wir sind Paolo Herrmann, der heute nicht da ist, Dominik Kummel und Germann Paul. Wir sind Data Whispers. Fachkräftemangel. Gestern waren es viele, heute sind es weniger. Wie sieht es morgen aus? Was passiert, wenn Millionendeals platzen, weil wichtige Fragen unbeantwortet bleiben? Um welche Fragen handelt es sich hierbei? Stellen Sie sich vor, Sie wollen einen Bericht erstellen. Dann ist das Erste, was Sie tun, Sie suchen sich einen Mitarbeiter, der den für Sie erstellt. Dieser Mitarbeiter geht dann zu einem anderen Mitarbeiter, der sich mit SAP Datenbanken auskennt, um die Daten für den Bericht zu besorgen. So, jetzt sind wir aber noch nicht am Ende der Reise. Der Bericht muss nämlich noch visualisiert werden. Das heißt, Sie brauchen einen weiteren Mitarbeiter, um die visuelle Ausarbeitung dieses Berichtes zu erstellen. Das muss einfacher gehen. Whisper ist die Lösung. Anhand dieser Grafik werde ich Ihnen erstmal erklären, wie Whisper funktioniert. Das Grüne ist das User Interface, das, was Sie sehen, Ihr Bericht, Ihre Eingabe. Das Rote ist alles außerhalb des Systems. In unserem Fall ChatGPT. Die blaue Farbe repräsentiert Ihr Unternehmen. Whisper ist in Ihr Unternehmen integriert. Und dient als Schnittstelle. Whisper kommuniziert mit ChatGPT, nutzt ChatGPT, um passende SQL-Abfragen für die SAP Datasphere zu erstellen. Den Output der SAP Datasphere wird verarbeitet und an den User projiziert. Was sieht der User? Der User sieht einmal ein Eingabefeld und eine Ausgabe. Für unser Projekt haben wir Daten von einer Flugdatenbank benutzt. Deshalb liegt die Frage nach, wann wurden die Flüge im Durchschnitt gebucht. Innerhalb von Sekunden liefert Whisper die Antwort, 89 Tage, und bietet eine hübsche Statistik zum Buchungsverlauf. Doch was bringt Whisper Ihnen? Sie benutzen natürliche Sprache, kein Code. Sie brauchen kein Fachwissen. Sie sparen Zeit und am allerwichtigsten, denken Sie über das Was-will-ich-Wissen nach und nicht nach dem Wie. Become a Data Whisperer with Whisper. Danke. Vielen Dank. Team 2. Vielen Dank, euer Applaus. Vielen Dank an die Data Whispers und damit kommen wir zu Defendify. Und wir kommen nochmal zum Thema des ersten Teams auch, nämlich Heavy Bean Hack. Diese Aufgabenstellung habt ihr euch auch rausgesucht als Defendify. Es ging also auch wieder darum, öffentliche Datenquellen zu nutzen, eine App zu entwickeln, um die Frage zu beantworten, zu sehen, sind die eigenen Systeme irgendwo kompromotiert worden. Und eure Idee unter dem schönen Titel Defendify hören wir jetzt. Have you been hacked? Das ist eine Frage, die Sie sich wahrscheinlich auch schon in den letzten Jahren stellen mussten. Und wir, Team Defendify, bestehend aus meinen Teamkollegen Simon Becht, René Bersel und mir, Charlotte Bauer, haben die Lösung und können diese mit minimalem Zeitaufwand Ihnen liefern. 207 Tage. So lange dauert es aktuell, bis eine Firma ein Datenleck bemerkt. 19 Prozent. Das ist die Häufigkeit von Datenlecks, die durch gestohlene Anmeldedaten entstehen. Und 4,35 Millionen US-Dollar. Das ist der durchschnittliche Verlust einer Firma durch ein solches Datenleck. Und diese Zahlen werden in den Jahren nur weiter steigern. Danke. Also hier sehen Sie unsere Lösung. Das ist eine intuitive Web-Anwendung und wir benötigen lediglich Ihren Firmennamen. Wir haben ausschließlich mit öffentlich zugänglichen Werkzeugen gearbeitet, wie Hunt.io, Shodan.io oder auch mit der Google-Suchfunktion In-URL. Es ist allseits bekannt. Sorry. Wir haben all diese Informationsknellen kombiniert und schaffen es so, höchst sensible Daten zu finden. Sei es zum Beispiel nur lediglich LinkedIn-Accounts. Aber wir finden erschreckenderweise auch eBay-Kleinanzeigen-Accounts, wo öffentlich einsehbar Adressen sind. Das will man, denke ich, nicht. Es ist allseits bekannt, dass der Mensch das schwächste Glied in der Sicherheitskette ist. Zusammengefasst, was haben wir also in den eineinhalb Tagen erreicht? Wir haben eine Anwendung geschaffen, die es uns ermöglicht, nur anhand Ihres Firmennamens beispielsweise E-Mail-Adressen Ihrer Mitarbeiter herauszufinden. Wir schaffen es darüber hinaus, Accounts und Webseiten zu finden, die nach Ihrem Unternehmen bekannt sind, benannt sind. Idealerweise sind die natürlich von Ihnen, vielleicht aber auch nicht. Wir haben darüber hinaus in öffentlich zugänglichen SAP-Systemen Dateien gefunden, die Ihren Firmennamen enthalten. Darunter waren auch Klarnamen, Unterschriften, E-Mail-Adressen. Wie geht es weiter für uns? Als erstes wollen wir natürlich unsere App professionalisieren. Wir wollen die SAP Fury Design Guidelines einhalten und unsere Lösungen weiter expandieren. Wir wollen mit etablierten SAP Security Lösungen Verbindungen schaffen. Danach wollen wir natürlich lernen und weiter wachsen, das heißt mit Partnern und Kunden zusammen unsere Lösungen weiterentwickeln. Denn unser oberstes Ziel ist es, aus 207 Tagen nur noch einen Klick zu machen. Wir sind die Fandify. Vielen Dank. Die Fandify. Wunderbar. Danke euch. Ja, vielen Dank erstmal an die drei Finalisten-Teams für drei wunderbare Ideen. Vielen Dank.